Das ist Martin Stieber auf 1000 MCs von dem Album Fenster zum Hof. Ich mach dich kalt, wie Lee H.W. Oswald Kennedy. Ma aus Magma, ja, ich verbrenne nie. Kennedy, Methoden der Cosa Nostra, zerquetscht dich zwischen Fußboden und Pada Nosta. Du bist roter Matsch, bevor du merkst, was los war. Prosa-Texte aus dem Froster, von Rappern für Rapper, from artists for artists. Ma und Chris stehen für alles das, was wahr ist. Aber klar ist, wenn wir kommen, müsst ihr gehen. 1000 Rapper sind bereit, die Charts zu übernehmen. Für mich die prägende Gruppe im deutschen Hip-Hop sind Stieber Twins. Also nicht nur, weil ich finde, dass das erste Stieber Twins Album das geilste Hip-Hop Album, das geilste Deutschrap Album ever ist. Aber auch, weil die Jungs damals sehr viel dazu beigetragen haben, dass ich überhaupt was veröffentlichen konnte. Eine meiner ersten Features war auf dem Stieber Twins Album. Und Christian Stieber ist eigentlich immer so der Lyricist immer so gewesen. Die meisten Quotables kommen irgendwie von Chrissy Stieber. Und Martin ist so der Typ, der irgendwie die meisten Beats gemacht hat. Und wenn man da mal so ganz das auseinanderhacken will, dann ist Martin so leicht underrated als Rapper. Und er hat einen Verse auf dem Song 1000 MCs, auf dem ich auch gefeatured bin, auf dem ersten Stiebers Album. Und da an dem Verse merkt man so diese Brachialität, die Martin Stieber irgendwie hatte. In der Wortwahl, aber auch im Ausdruck und wo die Pausen sind und so. Und als ich nachgedacht habe, sind mir ganz viele Sachen von Nas über Rakim und aber auch natürlich Chrissy Stieber gekommen. Aber irgendwie bin ich an diesem Martin Stieber Verse, diesem underrated Verse irgendwie hängen geblieben. 16 Bars TV mit Curse und Visavi zu einem kleinen Special. Wir ordnen jetzt mal gemeinsam deine schönen Releases der letzten gefühlten 120 Jahre Rap-Karriere.